Die Björn-Steiger-Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Sigrid Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn-Steiger-Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn-Steiger-Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen. Folge 9. Fußgänger versus Radfahrer. Wer sind die schlimmsten Raudis? Mein Name ist Bela Ander und in dieser Folge geht es um das ewige Thema, vor allen Dingen in Großstädten. Fußgänger gegen Radfahrer, Radfahrer gegen Fußgänger. Wie klären wir, wer die schlimmsten Raudis sind? Immer wieder kommt es nämlich zwischen diesen beiden Parteien zu Konflikten im Straßenverkehr. Mit Unfallforscher und Verkehrsexperte Siegfried Brockmann spreche ich über Fakten, Maßnahmen und erfolgreiche Konfliktvermeidung in der Zukunft. Denn im Moment schauen wir ja wirklich manchmal drauf und denken. Mein lieber Mann, das ist gerade noch mal gut gegangen. Herr Brockmann, wie hat sich das Verhältnis zwischen Fußgängern und Radfahrern in den letzten Jahren, ich denke mal sagen wir mal in Großstädten, verändert? Ich würde mal den Blick nicht nur auf die Großstädte legen, sondern natürlich sind Mittelstädte auch gemeint. Auf den Dörfern wird es anders sein. Aber überall da, wo sich Radfahrer und Fußgänger in einem gemeinsamen Verkehrsraum begegnen müssen, da wird es natürlich auch zu Konflikten kommen. Das Verhältnis hat sich natürlich schon dadurch verändert, dass der Radverkehr erheblich zugenommen hat in den letzten Jahren und aber die dafür nötigen Verkehrsflächen natürlich entweder nicht hat oder sie sich einfach nimmt. Denn oft ist es ja auch so, dass der Radweg auch Fußweg begleitend ist. Das heißt, er ist eben nicht auf der Fahrbahn. Und da haben wir dann natürlich quasi den Konflikt schon vorprogrammiert, weil der Fußgänger natürlich früher oder später auch diesen Radweg wird kreuzen müssen. Ist das eigentlich besser, Radfahrer auf der Straße in einem für sie gekennzeichneten Bereich oder eben als Teil des Fußweges, wo beide auch einen für sich nutzbaren Bereich haben? Ja, über diese Frage wird ja schon länger gestritten. Und ich meine, im Moment neigt sich die Lehrmeinung in die Richtung, dass wir sagen, der Radfahrer gehört auf die Fahrbahn und eben nicht fußwegbegleitend. Also im Fachjargon heißt das Hochbordradweg. Das liegt daran, dass eben dann links neben dem Radfahrer der Bordstand sich befindet. Das hat mehrere Vorteile, insbesondere eben, dass Fußgänger und Radfahrer sich nicht ständig in die Quere kommen können. Aber eben auch für den Radfahrer den großen Vorteil, dass er frühzeitig vom Kraftfahrzeugverkehr wahrgenommen werden kann. Also insbesondere im Kreuzungsbereich haben wir ja die großen Konfliktpunkte zwischen Kraftfahrzeug und Fahrrad. Wenn ich da den Radweg von der Fahrbahn absetze, vielleicht habe ich da noch eine Hecke dazwischen oder da steht auch nur eine Litfaßsäule oder da stehen Fußgänger dazwischen, dann sind diese Sichtbeziehungen eben viel, viel schwieriger. Und das löse ich eben eher damit auf, dass ich den Radweg auf die Straße mache. Da war aber natürlich von vornherein der andere Konflikt vorprogrammiert. Nämlich, wenn ich den auf der Straße habe, dann wird er gerne als Reserve Parkfläche verwendet. Also beispielsweise, um mal schnell zum Geldautomaten oder sonst wohin zu springen. Und dann wird das Auto dort abgestellt oder auch für Lieferverkehr. Und das führt dann für den Radfahrer natürlich zu extrem gefährlichen Situationen, weil er dann nämlich in den fließenden Verkehr ausweichen muss, um diese stehenden Fahrzeuge zu überholen. Was sind denn die häufigsten Konfliktsituationen, die wir sehen zwischen Radfahrern und Fußgängern? Also erstmal ist das natürlich der Radfahrer, der sich auf dem Fußweg befindet, obwohl er dort gar nicht fahren darf. Das habe ich auf normalen Fußwegen, das habe ich aber natürlich auch in Fußgängerzonen zum Beispiel, die ja explizit eben Bereiche sind, wo die Fußgänger quasi unter sich sein sollen. Aber auch da ist es natürlich, gerade wenn da Wege verkürzbar sind, fast schon üblich, dass der Radfahrer dort durchfährt. Und jetzt muss man natürlich noch ergänzend sagen, wenn er das in Schrittgeschwindigkeit täte, dann wäre das Problem gar nicht so groß. Das Schlimme ist nur, dass der Radfahrer sich gegenüber Fußgängern exakt so verhält, wie er es beklagt, wenn er selber betroffen ist von Autofahrern. Also rücksichtslos. Rücksichtslos und auf den eigenen Vorteil bedacht und eben auch nicht die Geschwindigkeit reduziert, selbst wenn es eng wird. Jetzt gibt es ja in vielen Großstädten immer noch Fußgängerzonen und in vielen Großstädten, die sich fahrradfreundlich ergeben wollen, sehen wir, dass diese Fußgängerzonen, die früher ja komplett gesperrt waren für den Radverkehr, diese Fußgängerzonen nun geöffnet werden, entweder für bestimmte Uhrzeiten oder auch so. Und man schon als Fußgänger tatsächlich die Herausforderung hat, vor allem da zwischen einem herfahrenden Rädern, auch E-Rollern tatsächlich, überhaupt voranzukommen. Also nun muss man natürlich zu diesem Problem sagen, manches hat auch die normative Kraft des Faktischen. Das bedeutet, es ist zwar bisher illegal, in Fußgängerzonen Rad zu fahren, de facto wird es aber gemacht. Und nun habe ich als Verordnungsgeber natürlich zwei Möglichkeiten. Ich kann das legalisieren, dann habe ich an der Stelle auch meine Ruhe, brauche das also nicht mehr zu kontrollieren. Oder ich muss dann eben sagen, no way, aber das würde dann eben auch bedeuten, dort Polizei stehen zu haben und eine Kontrolldichte zu haben, die das auch durchsetzt. Und das Letztere, muss ich nun leider sagen, ist eben nicht der Fall. Also das heißt, also für mich als Unfallforscher, Verkehrssicherheitsexperte, ist das letztlich nur ein marginaler Unterschied, ob ich jetzt Fußgängerzonen für Radfahrer freigebe oder ob ich sie nicht freigebe, aber auch gar nichts dagegen tue, dass Radfahrer diesen Weg benutzen. Und deswegen ist meine Forderung ganz klar, Radfahrer haben dort nichts zu suchen, insbesondere solange sie sich so verhalten, wie sie sich halt verhalten, nämlich rücksichtslos. Und gleichzeitig muss man aber sagen, das nützt mir jetzt nichts, wenn es auf dem Schild steht, sondern hier ist die Polizei gefragt, hier ist das Ordnungsamt gefragt und hier muss es eine ganz andere Kontrolldichte geben, als das bisher der Fall ist. Was ist eigentlich der Grund dafür, Herr Brockmann, dass sich Radfahrer so vehement verhalten oder so, so ruppig auch verhalten? Ist das die ewige Sorge, benachteiligt zu sein? Ist es die Erfahrung, immer das letzte Glied in der Kette zu sein? Oder bei manchen ist ja auch, wir sind in Berlin, also ich meine, ich bin ja auch viel Rad gefahren, da ist auch eine relative Grundaggressivität dabei. Hat man den Eindruck, wenn sich jemand überhaupt aufs Rad schwenkt? Also erstmal glaube ich, wenn man mal nichts Übles unterstellen wollte, ist ein Radfahrer natürlich umweg-sensitiv und auch beschleunigungssensitiv, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, also zumindest wenn ich kein E-Rad fahre, denn da relativiert sich das natürlich. Jedes Bremsmanöver bedeutet auch, dass ich wieder neu Kraft investieren muss, um auf die alte Geschwindigkeit zu kommen. Das ist ja was, was ein Kraftfahrzeug so nicht hat. Und ein Umweg bedeutet auch, dass ich mehr investieren muss, um zum Ziel zu kommen. Insofern neigt man als Radfahrer dazu, natürlich den eigenen Krafteinsatz zu optimieren, um das mal positiv darzustellen. Können Sie das mal übersetzen für uns? Also ich kann auf direkten Wege, sagen wir mal, eine Straße kreuzen, muss dafür aber irgendeinen Weg benutzen, den ich nicht benutzen darf. Oder ich kann 500 Meter Umweg nehmen, um an die gleiche Stelle legal zu gelangen. Dann werde ich Letzteres nicht tun, wenn das meine Kraft kostet. Oder ein Fußgänger, der mir in den Weg tritt, der mich zu einem Bremsmanöver nötigt, der bedeutet ja nichts anderes, als dass ich danach wieder kräftig in die Pedale treten muss, um die gleiche Ausgangsgeschwindigkeit zu erreichen. Und das versuche ich selbstverständlich zu vermeiden. Das finde ich jetzt erstmal nicht so wahnsinnig schlimm. Wir kommen nur immer wieder an dieselbe Stelle, nämlich jetzt geht es darum, das auch so umzusetzen, dass es eben anderen nicht gefährlich wird. Deswegen würde ich ganz gut auch mit Regelverletzungen leben können, wenn Radfahrer, Radfahrerinnen in dem Moment so vorsichtig wären und so deutliche Geschwindigkeit reduzieren, dass dabei nichts passieren kann. Tatsächlich haben sie aber, wenn man so will, so eine Art Opportunitätsprinzip die eigene Person betreffend. Und das bedeutet nichts anderes, als ich schätze jetzt meine Grenz- und Regelverletzungen mal gegenüber dem Risiko ab, selbst verletzt zu werden. Und wenn dieses Risiko überschaubar ist, dann mache ich das. Das gilt zum Beispiel auch für das überfahren, rote Ampeln. Ich habe vom Rad aus einen relativ guten Überblick. Ich sehe keine anderen Autos, also mache ich das. Und dieses Opportunitätsprinzip hat sich dort längst eingebürgert. Das machen eigentlich schon die meisten. Das Schlimme ist nur, dass Autofahrer sich das längst abschauen und eben auch bei rot durchfahren, weil sie sagen, ja, was soll da sein? Die anderen haben ja noch rot, da kann ich noch locker, fahren da immer noch zwei Autos drüber. Und wir haben eine Gesamterosion in dem Bereich, wo Leute glauben, sie könnten ihre Regeln individuell zusammenstellen. Und da ist es eben so, dass man da als Unfallforscher schwer in die Defensive gerät, weil ich an der Stelle eben sage, Regel ist Regel. Aber das hört sich eben wieder so sehr deutsch an, dass man damit ganz schwer rüberkommt. Gibt es eigentlich Erkenntnisse? Sie haben gesagt, Geschwindigkeit ist so eine Sache. Jetzt haben wir ja seit ungefähr zehn Jahren die E-Räder, die sich immer weiter auch verbreiten. E-Räder haben eine viel höhere Geschwindigkeit. Klar, wenn man ganz schnell fährt, braucht man diese kleine Nummernschilder, aber bis zu 45 Stundenkilometer. Sie haben einen anderen Schwerpunkt, sie haben mehr Gewicht, sie haben dafür eine andere Statik, wo nicht jeder wirklich drauf trainiert ist. Gibt es Erkenntnisse, wie E-Räder die Verkehrssicherheit beeinflussen? Also erstmal muss man sagen, dass die normalen E-Räder, die ja bis 25 nur Tritt unterstützen, die sind nicht zwingend schneller als die anderen. Ich selber habe eins und weiß also, dass auf meinem Weg zur Arbeit an der S-Bahn-Trasse entlang ich regelmäßig zumindest von Rennrädern überholt werde. Also die können viel schneller als ich. Tun was teilweise eben auch in Fußgängerzonen, was ich gar nicht erst machen würde. Also insofern ist die Gefahr durch E-Räder nicht zwingend größer. Was man aber zum Unfallgeschehen sagen kann, ist, dass das Unfallgeschehen mit E-Bikes geradezu explodiert ist in den letzten Jahren. Und zwar auch überproportional gegenüber dem Verkauf. Und das lag jetzt viele Jahre lang natürlich daran, dass die Hauptnutzergruppe Senioren waren. Also nicht wilde Draufgänger. Ja, die sind im Zweifel eben tatsächlich mit dem Rennrad schneller, sondern es sind viele ältere Menschen. Und die haben natürlich einen großen Vorteil bekommen. Sie können nämlich wieder Strecken zurücklegen, die sie vorher gar nicht mehr zurücklegen konnten, durch diverse Gebrechen. Also dass das Knie nicht mehr funktioniert oder vielleicht auch die Luft nicht mehr ausreicht. Und die gewinnen jetzt also deutlich an Mobilität, wenn sie nicht Auto fahren. Und das ist ja erstmal sehr, sehr begrüßenswert. Und deswegen müssen wir auch gucken, dass wir jetzt Elektrounterstützung nicht etwa verteufeln, sondern das ist gerade für viele Nutzergruppen einfach ideal, um auch dann mal aufs Auto zu verzichten. Die Kehrseite von besserer Mobilität ist dann eben aber auch ein anderes Unfallgeschehen. Da ist es eben tatsächlich so, dass man gerade für die Senioren sagen kann, genau die haben das Problem, was sie eben schon so ein bisschen skizziert haben, dass das Fahrverhalten anders ist, dass die Räder schwerer sind, dass sie es im Zweifel eben außer Kontrolle verlieren. Und wir haben sehr viele sogenannte Alleinnotfälle, also das sind Stürze, also ohne, dass da jemand anders beteiligt ist, teilweise eben auch mit sehr schweren Verletzungen. Und da kommt jetzt das Problem, dass wir eben auf diesen Rädern auch keine Helmpflicht haben. Da ja oft der Kopf dann die am schwersten verletzte Körperregion ist, wäre das sicherlich eine nützliche Sache. Welche Städte sind eigentlich Vorbilder einer Konfliktvermeidung zwischen Fußgängern und Radfahrern? Also der ADFC macht ja immer Studien zu diesem Thema, die natürlich Interessen geleitet sind. Ich selber habe da noch nie eine gemacht, weil das fängt schon mit der Kategorienfrage an, wie kann ich das denn überhaupt sinnvoll messen. Ja, aber es ist eben so, dass da gerne auch die radfahrfreundlichste Stadt prämiert wird. Und das muss aber nicht zwingend die sein, die auch den Konflikt zwischen beiden, also Radfahrern und Fußgängern am sinnvollsten vermeidet, sondern im Gegenteil ist es eben die, die am meisten Verkehrsflächen für Radfahrer zur Verfügung stellt. Also idealerweise natürlich sichere Verkehrsflächen, aber eben Verkehrsflächen. Und die dem Konflikt mit dem Fußgänger im Zweifel eben keine Bedeutung beimisten. Oder um es mal anders zu formulieren. Dem Konflikt mit dem Fußgänger keine Bedeutung beimisten. Ja, genau. Also es ist dann egal in der Erhebung dieser Statistik. Ganz genau. Es geht ja darum, was jetzt besonders radfahrfreundlich ist. Und wir müssen uns einfach klar darüber sein. Münster ist da glaube ich immer. Ja, Münster schneidet ganz gut ab. Aber das liegt natürlich auch daran, dass Münster eine Halteradfahrstadt ist. Ist ja auch relativ nah an Holland. Das ist übrigens durchaus nicht nur Segen, weil Münster eben sehr viel alte Radinfrastruktur hat. Und das ist eben der Gehweg begleitende, also sogenannte Hochbordradweg. Hochbord. Hochbord, genau. Wegen des Bordstandes, der da links vom Fahrrad ist. Wo sich also Fußgänger und Radfahrer regelmäßig in die Quere kommen. Also praktisch an jeder Bushaltestelle muss das dann so sein. Das ist auch schlimm, ja. Das ist furchtbar. Und da muss man jetzt erschwerend dazu sagen. Und da glaubt der Radfahrer auch noch im Recht zu sein. Auch, man muss das sagen, Herr Brockmann, ich sehe es hier in Berlin vielleicht relativ viel Rad, weil die Leute natürlich alle aufs Handy gucken, die an der Bushaltestelle stehen und dann natürlich nach vorne gehen, nach hinten gehen und überhaupt nicht gucken, wo sie stehen, ob sie nach links, wenn sie nach links gucken, ob der Radfahrer kommt. Ja, nun ist es aber natürlich so, dass sie das im Zweifel eben auch nicht müssen. Also in dem Moment, wo dort ein Bus hält oder eine Straßenbahn, hat der Fußgänger, der ein- und aussteigt, Vorrang. Für den Aussteigenden ist das sogar eine zwingende Logik, weil er ja gar nicht sehen kann, ob da ein Radfahrer kommt oder nicht. Und das ist eben auch einer der Fälle, wo ich beklage, wie Radfahrer mit dieser Situation umgehen. Denn man könnte sich im Zweifel ja auch noch ärgern, dass der Fußgänger jetzt nicht darauf achtet, aber trotzdem bremsen. Was ich aber immer mehr beobachte, ist, dass die Bremse dann durch eine möglichst laute Klingel ersetzt wird oder vielleicht noch herumgeschrien wird. Ja, bei mir auch. Ich schreie nicht, aber Klingel. Ja, aber das ist eben, von der Rechtslage her hat der Fußgänger hier Vorrang. Der Fall ist also sowieso klar. Und selbst wenn er nicht klar wäre, ist ein Verhalten, was den Fußgänger dort wegbellt, um es mal in der Sprache zu sagen, absolut inakzeptabel. Da beklage ich auch, dass die Radfahrverbände sich dieser Frage nicht einfach mal kritischer annehmen. Denn das wäre meines Erachtens auch ihre Aufgabe. Ja, da hört man eigentlich nur Dinge, die mein Recht als Radfahrer stärken sollen und wenig Appell zur Rücksicht. Gehen wir doch mal zurück zu den Städten selbst. Münster, Radfahrstadt mit alter Infrastruktur. Gibt es ein Beispiel für eine Stadt mit relativ neuer und zukunftsgerichteter Radfahrstruktur? Ja, es gibt einige Städte. Also Darmstadt zum Beispiel macht sehr viel. Karlsruhe macht sehr viel. Freiburg macht sehr viel. Aber auch hier, wo wir uns jetzt befinden, Berlin, also macht T zumindest relativ viel in der Vergangenheit. Das ist jetzt im Moment wieder etwas zum Stillstand gekommen. Aber wir haben ja hier auch sehr, sehr viele Radspuren auf der Fahrbahn inzwischen. Und auch sozusagen die modernste Form, nämlich eine geschützte Radinfrastruktur. Also entweder durch irgendein Bord oder durch Poller oder so. Jedenfalls so abgegrenzte Radfahrstreifen, dass man dort nicht drauf fahren darf. Da ist der Radfahrstreifen, Herr Borgmann, auf der Fahrbahn, also Fahrbahn eben gleich, auf der gleichen Ebene wie eine Fahrbahn, aber dann von der Fahrbahn durch Poller oder ähnliches abgegrenzt. Genau. Der Punkt ist ja tatsächlich der, dass man verhindern will, dass dort Fahrzeuge hingestellt werden, um mal eben schnell zum Bäcker zu springen oder so. Denn wenn man das tut, dann wird es eben gleich gefährlich für den Radfahrer, weil er dann ja quasi nach links in den Verkehr ausweichen muss. Und da hat es ja auch schon schwere Unfälle und auch Todesfälle gegeben. Das verhindert man dadurch. Das hat natürlich auch Nachteile, nämlich wenn Radfahrer sich untereinander ausweichen, was ja auch immer häufiger vorkommt, weil die gefahrenen Geschwindigkeiten sich sehr, sehr stark unterscheiden. Dann ist die Gefahr natürlich größer, dass ich da links natürlich auch mit Hindernissen kollidieren kann, die vorher gar nicht da waren. Also wie sich die Dinge entwickeln, weiß ich im Moment noch gar nicht. Ich glaube, im Zweifel ist es besser, das wirksam zu trennen. Wie man das am wirksamsten macht, glaube ich, das wird sich auch in den nächsten Jahren noch ausbilden. Was kann denn jeder Einzelne tun, um hier zu einem rücksichtsvolleren Verhalten zu kommen im Straßenverkehr? Also Fußgänger und Radfahrer, die beiden? Eigentlich braucht man dem Unfallforscher die Frage natürlich nicht zu stellen, denn die kann natürlich jeder selber für sich beantworten. Das steht schon im Paragrafen 1 der Straßenverkehrsordnung. Ja, dass die gesamte sozusagen Grundlage unseres Handels ist Vorsicht und Rücksicht. Und wenn das jeder auch nur annähernd machen würde, dann ehrlich gesagt bräuchten wir auch gar keinen Unfallforscher mehr. Bedauerlicherweise ist das nicht so. Das heißt, also jeder kann sich eigentlich an die eigene Nase fassen und sich mal fragen, wie er mit dem Thema umgeht. Und ich sage jetzt an der Stelle auch immer, letztlich ist das eine Frage von Empathie. Und Empathie geht uns im Straßenverkehr vielfach verloren, weil wir im Wesentlichen auf unseren eigenen Vorteil bedacht sind und vielleicht nicht darüber nachdenken, was wir jemandem anders antun könnten. Und deswegen wäre das immer ganz nützlich zu überlegen, ob der andere, der möglicherweise mir gerade meine freie Fahrt streitig macht, nicht irgendwer sein könnte, den ich kenne und mag. Und wenn das so ist, glaube ich, würde ich mich völlig anders verhalten. Welches sind denn der Verkehrsforschung nach die größten Risikoverursacher bei Radfahrern, meinetwegen auch bei Fußgängern, wenn es solche Erkenntnisse gibt? Sie meinen jetzt von der Persönlichkeit? Ja, von der Persönlichkeit, genau. Ja, das kann man tatsächlich, das kann man... Altersgruppe, Persönlichkeit. Ja, also von der Altersgruppe haben wir es relativ leicht. Es ist, also wie im gesamten Unfallgeschehen, ist es so, dass wir ein Problem haben, was heißt jung und männlich. Das hängt natürlich mit zwei Dingen zusammen. Also bei Jung ist es so, dass man in jungen Jahren natürlich erstmal viele Erfahrungswerte noch nicht hat. Zweitens die Persönlichkeit sich noch ausprägen muss, dass man geneigt ist, an die Grenzen zu gehen, sich auch beweisen will. Und das Ganze wird jetzt noch durch Männlichkeit extrem verstärkt, wo es eben auch immer darum geht, Stärke zu zeigen, Stärke zu beweisen. Und das sehen wir eben im gesamten Straßenverkehr. Noch schlimmer ist es logischerweise, wenn ich da 200 PS manövriere, weil ich ja dann noch natürlich eine ganz andere Kraft in meinen Fingern habe und ein ganz anderes Verletzungspotenzial. Aber das, was Radfahrer an der Stelle immer sagen, naja, Autos sind ja auch viel gefährlicher, heißt eben nicht, dass man als Radfahrer nicht gefährlich sein könnte für andere Radfahrer, aber eben auch für Fußgänger. Und auch dort haben wir eine ganze Menge schwere Verletzungen und auch tödliche Verletzungen, insbesondere jetzt, wenn der Fußgänger etwas älter war. Denn wenn der zu Sturz kommt und es zu schwereren Brüchen kommt, ist das teilweise eben auch alleine dadurch schon lebensbedrohlich. Also insofern ist es nicht so, dass man als Radfahrer sich freisprechen kann, indem man sagt, ja, so ein Auto hat ja viel größere Gefahren, als ich die hier habe. Wann haben Sie sich als Radfahrer zuletzt über einen Verkehrsteilnehmer mal wieder so richtig aufgeregt? Also ich glaube, dass man sich über andere ärgert. Und das ist jetzt eben eine Frage, welches Wort man benutzt. Liegt in der Natur der Sache. Wir alle sind es gewohnt, in freiheitlichen Gesellschaften und vielleicht in den letzten 30 Jahren mehr und mehr, dass Individualität was Tolles ist, dass wir quasi unsere Interessen durchsetzen wollen, dass wir auch die Ellenbogen ausfahren. Das ist in vielen gesellschaftlichen Bereichen absolut akzeptiert. Und im Straßenverkehr ist es eben leider so, dass dieses Bedürfnis ständig kollidiert mit den Interessen anderer, weil das halt ein sehr komplexes System ist und es auch sehr voll auf den Straßen ist. Das heißt, es gibt kaum einen Moment, wo dieses Interesse, schnell vorwärts zu kommen, nicht von irgendwem behindert wird. Das liegt in der Natur der Sache. Und deswegen kann das durchaus sein, dass sich viele oder die meisten Leute vielleicht auch mal über einen anderen ärgern oder vielleicht auch mehr ärgern, wenn es der dritte oder der vierte Anlass war. Und jetzt ist es aber natürlich so, wie gehen wir mit diesem Ärger um? Und was dieser Ärger nie verursachen darf, ist, dass er in Aggressivität umschlägt. Und Aggressivität gemeint eben auch als das mittelbare in Kauf nehmen von Verletzungen anderer. Da hört der Spaß auf. Und ich hoffe immer, dass ich das für mich persönlich ganz gut im Griff habe. Aber leider sehen wir ja auch beim Thema Aggressivität im Straßenverkehr, dass das zunehmend aus dem Ruder gerät. Und wann haben Sie sich zuletzt über einen anderen Verkehrsteilnehmer geärgert, ohne aggressiv zu werden? Also ich bin gestern mit dem Autor aus dem Urlaub zurückgekommen. Und ohne, dass ich mich jetzt an konkrete Situationen erinnern kann, bin ich mir sicher, dass ich mich über das eine oder andere geärgert habe. Und sei es auch nur, dass irgendjemand, ohne in den Rückspiegel zu schauen, da die Spur gewechselt hat und ähnliche Dinge. Ja, das erlebt man bei diesen Kleinlastern so häufig. Die fahren ja wie die Henker. Oder fährt viel zu dicht auf, ohne dass ich jetzt irgendwas ändern könnte an der Situation. Es gibt mannigfalte Situationen. Aber die Frage ist eben letztlich am Ende, wie gehe ich damit um? Und niemals darf das dazu führen, dass ich jemanden anders schädigen will oder das auch nur in Kauf nehme. Wie könnte denn die Zukunft aussehen des urbanen Verkehrs, damit hier Radfahrer und Fußgänger gut miteinander auskommen? Also wir haben ja bedauerlicherweise erst mal die Situation, dass es nicht leerer wird auf der Straße, sondern voller. Und vom Aspekt der Verkehrssicherheit her ist das Hauptproblem ja das der individuellen Entscheidungen. Also ich vergleiche das immer mit industriellen Prozessen, die teilweise ja auch sehr, sehr komplex sind. Wenn man mal sieht, wie beispielsweise Autos zusammengeschraubt werden auf dem Fließband, der das sind oder mit welcher Geschwindigkeit Roboter diese Arbeiten erledigen. Da ist aber alles natürlich komplett durchgetaktet. Und auch im Flugverkehr kann jetzt der Pilot nicht wirklich etwas alleine entscheiden. Entweder macht das Flugzeug das für ihn oder er muss es mit der Flugsicherung abstimmen. Im Straßenverkehr erlauben wir uns tatsächlich ein System, in dem jeder zu jeder Sekunde eine beliebige Entscheidung treffen kann. Und das bedeutet eben, solange ich keine Vollautomatisation, zumindest bei Kraftfahrzeugen habe, habe ich hier bereits ein Riesenproblem. Und je mehr ich das jetzt auf Verkehrsträger verlagere, wo ich das gar nicht ändern kann. Beim Radfahren werde ich niemals eine Automatisation reinbekommen. Beim Fußgänger natürlich auch nicht. Umso mehr werde ich dieses Problem beibehalten. Und umso mehr habe ich auch Sorge, dass wir in keinem Fall, also selbst wenn wir irgendwann gar keine Autos mehr auf der Straße hätten, was ja sowieso Utopie ist, werden wir weiterhin auch schwere und tödliche Unfälle haben. Gerade weil es so ist, dass jeder eben seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und die können im Zweifel ja auch fatal sein. Letzte Frage. Herr Bockmann, was rät der Verkehrsexperte dem Fahrradfahrer, der morgens sich aufs Rad schwingt, um sicher zur Arbeit zu kommen? Also zunächst mal ist es so, es geht ja auch um die eigene Sicherheit. Erstmal noch nicht um die der anderen. Da ist der Radfahrer logischerweise, weil er ja keine Knautschzungen um sich herum hat, gefährdeter, als wenn ich jetzt im Auto säße. Und da muss ich sagen, vorausschauendes Fahren ist einfach das A und O. Und ich persönlich muss sagen, ich fühle mich auf dem Fahrrad nicht unsicher. Und zwar deswegen nicht, weil ich eine solide Grundausbildung als Motorradfahrer erhalten habe. Und als der weiß ich, dass man im Zweifel, selbst wenn man im Recht ist, sich nichts dafür kaufen kann, wenn man auf der Straße liegt und schwer verletzt ist oder am Ende sogar getötet. Also insofern ist vorausschauendes Fahren und mit den Fehlern der anderen zu rechnen und im Zweifel auch noch das Bremspotenzial zu haben. Für mich das A und O auch für sicheres Radfahren. Und in Bezug natürlich auf andere Verkehrsteilnehmer habe ich jetzt auch schon die Hälfte der Miete eingefahren, indem ich nämlich vielleicht schon ahne, wann vielleicht jemand auf meine Fahrbahn treten wird. Wenn er da nämlich schon in der Richtung unterwegs ist oder wenn er da steht oder wenn da ein Bus gerade an die Haltestelle heranfährt. Also das ist ja doch letztlich alles kein Hexenwerk, wenn ich es schaffe, etwas von meiner eigenen Person zu abstrahieren und dieses Gesamtgeschehen mit einzubeziehen. Aber vielleicht ist es für manche auch zu viel verlangt. Herr Brockmann, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Die Björn-Steiger-Stiftung. Der Podcast.